Liebe Zuschauer, wenn Sie hier Ihren Urlaub im Großraum Bodrum verbringen, dann gibt es einen ultimativen Tipp. Dann müssen Sie nämlich unbedingt mal die sogenannte Blaue Reise mitmachen. Das ist eine wunderschöne Bootsfahrt auf einem Gullet, einem alten Holzsegler. Normalerweise wird ein Stück des Weges auch tatsächlich unter Segeln zurückgelegt und dann können Sie in den schönsten Buchten zum Schwimmen gehen, weil dort einfach das Schiff ankert. Dann gibt es Mittagessen, dann gibt es Drinks, dann gibt es gute Stimmung, nette Menschen. Also wirklich ein perfektes Erlebnis, das jeder, der hier herkommt, auf jeden Fall mal ausprobieren sollte. Entspannen beim Sonnenbad auf dem Oberdeck oder eintauchen in das kristallklare Wasser. Dieser Bootsausflug entlang der türkischen Ägäisküste wird ganz sicher auch Sie verzaubern.